So, ich bin heute auf einem Alpakahof und darf mit diesen Tieren heute ein bisschen Zeit verbringen. Das ist so witzig, wenn die so quieken. Ich bin hier mit Merlin unterwegs. Die sind so sweet. Das ist wahrscheinlich nicht ganz korrekt. Es sind Alpakas und Lamas. Das hier ist jetzt ein Lama. Die sind auch so sweet und aufgeweckt dabei. Merlin. Alpakas sind eigentlich Lastentiere aus Peru. Und sie sind ganz besonders für ihr Fell. Boah, nicht nur ich schnauf nach so einem Berg, sondern auch er hier. Nix essen. Jetzt dürfte ich essen. Ja. Ja. Wir sind hier in einer Gruppe mit sechs Lamas unterwegs. Und ich hatte Glück und habe den entspanntesten Typ bekommen. jetzt lasse ich ihn los und jetzt darf er machen, was er will. So, die Tiere sind alle gut wieder im Stall angelangt und wir essen jetzt noch ein bisschen was, weil wir haben Hunger. Ja. 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 Ja.